Als ich in die Stadt kam, wohnte ich im Haus meines Onkels mütterlicherseits. Meine Tante war wirklich sehr schön. Jeden Abend, wenn ich vom Fitnessstudio müde war, ging ich in mein Zimmer und schlief ein. Meine Tante schlief immer neben mir. An diesem Abend kam ich etwas später nach Hause, und sobald ich angekommen war, ging ich ins Zimmer und legte mich hin. Nach einer Weile kam die Tante zu uns. Dann umarmte er mich herzlich, legte seine Hand sanft in meine Haare und setzte sich neben mich auf mein Bett. Plötzlich begann sie etwas zu tun, das einen Strom durch meinen gesamten Körper fließen ließ. Dann sagte sie, du machst morgens und abends Sport und musst sehr müde sein. Du brauchst Ruhe. Und so blieb Tante die ganze Nacht bei mir. Hallo, Freunde, herzlich willkommen zu dieser Geschichte. Mein Name ist Rinko. Ich bin 22 Jahre alt und lebe bei meinem Onkel mütterlicherseits, um hier zu studieren. Mein Vater war überhaupt nicht bereit, mich bei den College-Jungs wohnen zu lassen. Er sagte zu mir, dass mein Onkel ein Haus in der Stadt besitzt und dass ich dort bleiben würde. Dort würde ich lernen, indem ich in seinem Haus bleibe. Als ich dann die Wohnung meines Onkels erreichte, sah ich sie mir genau an und begann mir Sorgen zu machen, denn die Wohnung meines Onkels war nur ein BHK und wirklich sehr klein. Jetzt sollte ich also in diesem winzigen Haus leben. Die Wohnung hatte neben der Küche auch ein Schlafzimmer und einen Flur, die ebenfalls sehr klein waren. Früher lebten wir in einem großen Haus im Dorf. Jetzt war ich zu meinem Onkel gekommen, um dort zu studieren. Im Haus meines Onkels mütterlicherseits lebten sowohl mein Onkel als auch meine Tante mütterlicherseits und ihre dreijährige Tochter. Als die Tante mir ein Glas Wasser brachte, schaute ich sie immer wieder an, weil ich sie nach der Hochzeit zum ersten Mal traf. Ich habe ihn erst kennengelernt, als er geheiratet hat. Damals sah sie großartig aus und jetzt sieht sie sehr schön aus. Dann trank ich Wasser, woraufhin Tante begann, Frühstück für mich zu machen. Auch Onkel freute sich, mich kennenzulernen. Mutter hatte ihnen bereits gesagt, dass Rinku in ihrem Haus in der Stadt übernachten würde. Onkel und Tante hatten keinerlei Problem damit, dass ich bei ihnen bleibe. Doch meine Mutter und mein Vater sagten immer wieder, dass man verwöhnt wird, wenn man unter College-Jungs lebt. Auf Anraten von Mama und Papa entschied ich mich also, im Haus meines Onkels mütterlicherseits zu bleiben. Als ich Tante traf, schaute ich sie an und betrachtete sie immer wieder. Im Haus meines Onkels war ein Zimmer vorhanden. Das gehörte meinem Onkel mütterlicherseits und ich schlief im Flur. Eines Tages kam mein Onkel nach Hause und sagte zu meiner Tante, dass ich vielleicht ein paar Tage ausziehen müsste. Freunde, lassen Sie mich Ihnen sagen, dass mein Onkel mütterlicherseits in einem Pharmaunternehmen arbeitet und sich meistens draußen aufhält. Als meine Tante das hörte, war sie ein wenig enttäuscht und ging in ihr Zimmer. Ich dachte nur an meine Tante und ihre Reaktion. Tante, die wirklich wunderschön aussah. Am darauf folgenden Tag reiste mein Onkel wegen seiner Arbeit in eine andere Stadt. Bevor er ging, erzählte er mir, dass Rinku bis zu meiner Rückkehr das Haus betreuen und im Zimmer meiner Tante schlafen sollte. Weil er Angst hat. Nachdem er gegangen war, unterhielt ich mich lange mit meiner Tante. Und nun gingen er und ich, ein wirklich guter Freund, zusammen in den Wald. Am Abend ging ich in mein Fitnessstudio und sagte meiner Tante, dass sie heute nichts kochen solle. Ich würde etwas von draußen mitbringen. Als ich dann zurückkam, hatte ich Essen eingepackt und wir aßen gemeinsam zu Abend. Danach gingen wir in unser Zimmer, um zu schlafen. Während ich sprach, kann ich nicht genau sagen, wann ich eingeschlafen bin. Und meine Freunde, in jener Nacht berührte ich im Schlaf aus Versehen den Körper meiner Tante. Als mir das bewusst wurde, zog ich sofort meine Hand zurück. Aber nur wenige Minuten später spürte ich die Hand meiner Tante auf meiner Brust. Ich dachte, er hätte aus Versehen meine Brust berührt. Doch vielleicht lag ich falsch, denn am darauf folgenden Tag bemerkte ich, wie meine Tante ganz nah auf mich zukam. Nun zeigte meine Tante ein großes Interesse an mir. Am Abend danach sah ich, wie meine Tante etwas auf ihrem Laptop anschaute. Als ich anfing, auf ihren Laptop zu blicken, klappte sie ihn sofort zu, und daraufhin begann ich, sie nach ihrem Laptop zu fragen, also weigerte er sich, es zu geben. Ich kam dann leise heraus und setzte mich in den Flur. Nach einer Weile ging ich zurück ins Zimmer und sah, dass Tante eingeschlafen war. Es gab keinerlei Bewegung. Ich schaute sie immer wieder an, denn sie sah so friedlich und glücklich aus, als ob sie einfach nur schlafen würde. Als ich mich ihr näherte, drehte sie sich zur Seite und richtete sich langsam auf. Dadurch stieß meine Hand gegen ihre Luftballons. Dann fiel mein Blick auf ihr Gesicht. Sie lächelte leicht. Ich verstand, dass sie nicht schlief, sondern tatsächlich wach war. Dann bin ich schnell nach Hause gegangen, um zu schlafen. Am nächsten Tag kam Onkel zurück, und abends saßen wir alle zusammen beim Abendessen. Danach gingen Onkel und Tante schlafen, und ich blieb im Flur sitzen. Es war sehr spät, aber ich konnte nicht schlafen. In der tiefen Stille hörte ich ein seltsames Geräusch. Als ich genauer hinhörte, erkannte ich die Stimme meiner Tante aus ihrem Zimmer. Ich stand auf und ging zu ihm hinüber, denn mir wurde bewusst, dass der Onkel nach langer Zeit gekommen war, und deshalb geschah das alles. Ich näherte mich dem Zimmer und begann aufmerksam zuzuhören. Nach einer Weile begann die Tante zu schreien, wenn du nichts tun kannst, dann sag mir, was ich tun soll, du bist nutzlos. Im Moment haben wir kein Kind und das ist dein Zustand. Ich hörte all das und dachte, dass mein Onkel vielleicht nicht in der Lage war, der Tante das Glück zu geben, das sie sich wünschte. Vielleicht hatte Mama deshalb darüber nachgedacht, eine Beziehung mit mir aufzubauen. Ich dachte über all das nach, als ich plötzlich das Geräusch von jemandem hörte, der kam. Also rannte ich in den Flur, legte mich hin und tat so, als würde ich schlafen. Dann kam Onkel, trank Wasser und ging wieder ins Zimmer. Am nächsten Tag klingelte mein Telefon, und es war der Anruf meiner Mutter auf meinem Telefon. Deshalb sagte mir meine Mutter, als ich mein Telefon erhielt, dass sie mir ein Foto eines Mädchens geschickt hatte. Sie fragte mich, wie ich mich dabei fühlte. Also sagte ich, Mami, ich bin im College und du willst, dass ich heirate, und legte auf. Mutter hörte alles, sagte aber nichts. Ich fühlte mich erdrückt und ging weg. Dann frühstückten wir zusammen. Nach dem Frühstück ging Onkel ins Büro, und ich ging ins Schlafzimmer, um meinen Laptop zu holen. Also bemerkte ich, dass die Schlafzimmertür einen Spalt offen stand. Heute sah ich, wie Tante sich durch diesen Spalt umzog. Als ich die wunderschöne Gestalt meiner Tante erblickte, funkelten meine Augen vor Freude. Tante war schon lange in meiner Nähe, aber so hatte ich sie noch nie gesehen. Ihr heller Teint war atemberaubend. Ich dachte, oh, welch ein Glück, es gefällt mir, meine Tante so zu sehen. Also schaute ich weiter hin. Dann erschien dieser schwarze Fleck, der eine Sensation in mir auslöste. Als Tante schließlich aus dem Zimmer kam, konnte ich nicht aufhören, sie immer wieder anzusehen. Tante war wirklich sehr schön, und deshalb sahen alle Kleidungsstücke an ihr fantastisch aus. Am Abend, als Onkel nach Hause kam, erwähnte er, dass ich heute alleine zur Arbeit gehen müsse. Daraufhin entbrannte eine Diskussion zwischen Onkel und Tante über dieses Thema. Tante warf ihm vor, dass er mich im Stich lässt, was Onkel sehr wütend machte. Aber mein Onkel ging seiner Arbeit nach. Freunde, in dieser Nacht schlief meine Tante ein und sagte, Hey, ihr solltet auch hier einschlafen, ich habe Angst. Ich wollte wirklich nicht mehr im Flur schlafen. Also ging ich zum Schlafen zu meiner Tante. Nachts war es im Zimmer wirklich sehr dunkel. Nach einer Weile hörte ich das Geräusch von jemandem, der im Raum ging. Ich schaltete das Licht ein und bemerkte, dass die Tante neben ihren Kleidern stand. Vielleicht wollte sie sich umziehen. Also machte ich das Licht wieder aus. Ein wenig später schaltete die Tante das zweite Licht an. Da sah ich, dass sie kurze Kleidung trug, und ich fühlte mich schüchtern, sie so zu sehen. Also schaltete ich das Licht aus und legte mich schlafen. Am nächsten Tag, als ich aufwachte, bemerkte ich, dass Mama sehr aufgeregt auf ihrem Platz saß. Also fragte ich sie, Mama, was ist los? Sie antwortete, dass sie sich in diesem Haus unglaublich langweilt. Sie fühlt sich jetzt wirklich erstickt. Da sagte ich zu ihr, lass mich dich heute auf eine Tour mitnehmen. Und dann ging Tante, um sich fertig zu machen. Freunde, als Tante fertig war, schaute ich sie weiter an. Sie trug ein enges Kleid und sah darin sehr attraktiv aus. Dann gingen wir in ein teures Café und schauten uns einen Film an. Heute schien Tante sehr glücklich zu sein. Als wir nach Hause kamen, war es bereits spät in der Nacht. Und wir kamen nach dem Essen und Trinken zurück. Nachdem ich nach Hause gekommen war, kam meine Tante zu mir und sagte dann, Okay, heute hast du mich wirklich sehr glücklich gemacht. Schau, jetzt kannst du haben, was du willst. Und sie stand mit ausgestreckten Armen vor mir. Ich verstand nicht, was sie meinte, dann nahm sie meine Hand und legte sie auf ihre Taille. Und sie legte ihre Lippen auf meine und begann, mich zu küssen. Dann sagte sie, du kannst mit mir machen, was du willst, aber ich sagte immer noch nichts zu ihr. Doch jetzt war sie am Extrem angelangt, sie nahm meine Hand energisch und legte sie auf ihre Taille und küsste sie. Nun hatte Tante begonnen, meine Hände über ihren Körper zu führen. Ich sagte ihr, dass das alles völlig falsch sei, aber sie hörte mir überhaupt nicht zu. Dann hielt sie mich fest und sagte, dass wir keine Samen mehr hätten, also könnte ich ihr geben, was sie wolle. Wann immer sie danach verlangte, kam sie zu mir und stillte ihren Durst. Also, liebe Freunde, das war unsere Geschichte für heute. Wenn Ihnen unsere heutige Geschichte gefallen hat, dann teilen Sie bitte dieses Video so oft wie möglich, liken Sie es und abonnieren Sie den Kanal. Vergessen Sie nicht, die Glockenbenachrichtigung zu aktivieren. Damit Sie über alle neuen Geschichten informiert sind. Danke Freunde. Wir sehen uns mit einer neuen Geschichte.